Go. Ich bin dabei. Jetzt kommen wieder zwei Folgen, dann drei Wochen wieder keine mehr. Ich hoffe, ihr freut euch. So, wir sind auf dem Weg nach Mexiko und wir müssen jetzt die Benzinzufuhr unterbrechen, Emilies Logbuch holen und Hangator öffnen. Ich wollte erst Hanggranate lesen, aber das steht da nicht. So, Lachs, das hast du schon. Okay, warte, jetzt, dann suche ich mal Benzinzufuhr unterbrechen. Ja, hier ist der Schlauch, dann muss das ja hier irgendwo sein. Sehr gut, hat sie, hat sie. Und einmal, ja, da auch. Ich hatte es aber da jetzt auch schon mal. Und ich öffne mal das Hangator, damit wir raus können. Gibt es das Spiel auch in Schwer oder so? Mein Gott, nein. Gibt es das Spiel auch in Schwer? Können wir nicht auf Hardcore-Mode spielen? Du musst da das andere Seite auch aufmachen. Das andere Seite. Das andere Seite. You know what I mean. Ja. Ada. Ada, ada. So. Hey, Guys, I need my Logbuch. Ja, Logbuch haben wir doch, verdammt, nochmal. Du musst das Logbuch geben. Gib ihr das verdammte Logbuch. Die sitzt schon im Flieger. Ja, ja, die macht nix, weißt du? Ja, ist wirklich so, weißt du? Wir geben dir noch viel Geld. Ja. Maul halten. Hey, schau it vor, Alter. Im Flugzeug einsteigen. Das kann ich doch am besten. Come on, let's go. Vincent. Wir haben keine Zeit. Ab nach Mexico. Arriba. Sombrero. Tequila saufen. Juhu. Tequila, Sombreros, Tacos. Das ist doch das Land, wo ich leben will. Drogen, da will ich hin. Los geht's. Aber nicht mit so einer Maschine, Alter. Hätte ich Angst meines Lebens, ey. Da würde ich mit einem Fallschirm am Rücken drin sitzen. Ja, den haben wir auch immer dabei. Wurde aber letztes Mal entschieden, oder? Ach ja, stimmt, stimmt. Aber Patrick. Hör mal. Gut, dass einer aufpasst. Wie Schuppen von Augen gefallen, verstehst du? Echt? Echt? Nervös? Nervös? Schon zitternat? You? Bisschen. A little bit. Siehst du? Just enough to keep me focused, you know. Ich bin schon eins mit ihm. Ne, was wir schon erlebt haben, du. Ja. Ich kann auch langsam nicht mehr. Ich bin für mich ausgelaugt, leer. Ich bin zwar die Bordfahrt. Ja. Okay. Okay. Was ist aus deinem Mund, Jasmin? Ja. Leib für Funktionäre noch immer. Ich weiß, was ich auch mal. Ich weiß, was ich sagen, was wir schon ein Leibes anwenden? Ich weiß, dass es auch für mich aber, Sie haben keine Dinge... Sie wissen sich. Ich weiß, was ich immer noch nicht. Ich weiß, was ich auch said, ist, aber es ist ein guter Ding. Das Ganze. Ich weiß nicht? Ja, aber ich bin wirklich nicht der Anwender-Splatte. Ja, ja, ja. Echt, wir werden wahrscheinlich sterben, aber herzlichen Glückwunsch. Wir werden Harwell finden, Freunde. Macht euch keine Sorgen. Okay, wieder ohne Vater aufwachsen. Dann noch so ne blöde Mutter. Ist wieder nix. Das wird so ne Hartz-Kind. Oh ne, herrlich. Ab auf einen schönen Treffer, Alter. Da fliegen sie. Oh mein Gott. Dazu bin ich noch nicht bereit. Jump around. Ich schaffe es nicht. PUBG, Patrick. Wir holen den Win. Winner, winner, chicken dinner. Ich wollte es auch gerade sagen. Winner, winner, chicken dinner. Bist du soweit, Patrick? Ich bin soweit. Ich auch. Los gehts. Und go. Oh mein Gott. Wenn du mich da so rausgeschubst hättest, Alter. Spätestens unten würdest du sterben. So, ich bleib oben. Alter, ich muss da hinfliegen. Wie soll ich das denn machen? Oh, das erinnert mich echt an PUBG irgendwie. Guck mal, die Insel. Ja. Ich finde, da ist kein guter Landepoint. Oh, Patrick. Das wird nichts. Ich kann schon Fallschirme öffnen. Sollen wir? Ja, du musst, glaube ich. Oder? Okay, los. Was? Mein Fallschirm, mein Fallschirm, mein Fallschirm. Komm. Ich habe mein Fallschirm verloren. Komm hier hin. Komm. Schnell. Patrick. Schnell. Du musst mich fangen. fallschneiden. Was? Easy. Easy. Patrick. Ja, dann mach! Ich drück mich, du drück! Ich drück doch! Bist du mir lustig gedrückt? Doch ich habe gedrückt! Vielleicht du drückst diese Augen zu, oder ein oder ein ist das? Geil, Alter. Ich schwöre, ich habe gedrückt! Ach, man kann das doch sehen. Stillen nehmen wir es auf. Okay. Ich habe gedrückt, Freunde. Ihr habt es gesehen. Also wenn ich mein Fallschirm ziehen kann, ziehe ich, damit er abgeht. Verdammte Scheiße, Freunde. Ich habe nicht verkackt. Patrick hat mich nicht gehalten. Ihr habt es gesehen. Ich habe mal keine Auge. Ich habe nicht gehalten. Schreibt in die Kommentare. Hashtag Patrick ist schuld. Du hast mir da so schwitzige Hände gehabt, das war ich durch dieses Bitch. So. Jetzt bist du an der Reihe. Jetzt fliehst du noch 50 Meter weg. Oh mein Gott. Jetzt drück. Ja, ich drück. Sehr gut. Wuuuh. Wie? Die ordentliche Pose. Sexy. So Patrick, jetzt musst du es machen. Ach, locker. Sieht doch schwul aus. Bisschen, ne? Dass er sich auch so halten kann. Wie geil. Wieso ist wieder mein Scheißding abgegangen? Das frage ich mich wirklich. Ja, das hat man verdient. Ich habe einfach ins Wasser geschlagen. Ist so. Einfach tot. Spiel zu Ende. Game over. Leider haben sie ihr Way Out nicht durchgespielt. Hast du geweint? Oh, Patrick, das wird knäpplich. Das wird knäpplich. Es wird knäpplich. Es wird echt knapp. Es wird sehr knapp. Patrick. Patrick. Mach keine Augen in die Palme. Oh. Gibt das Spiel wirklich auch in schwer? Ja? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Einfach solche Profis. Weißt du? Gerade hat meine Maus kurz versagt. Ja gut. Also die Technik war einfach. Es lag wieder an der Technik. Sagen wir mal. Wir sind wieder lüge. Ich hab gedreht. Ist das nicht immer so? Ja. Für mich schon. Ja. Lustig zugeben. Sind wir alle. Shit. Ich geh weiter. Welcome to the jungle. Okay, hör auf. Wir können die Waffe ziehen. Immer diese Lieder, die mir so spontan einfallen. Weiß ich nicht. Können wir überhaupt die Waffe ziehen? Ich glaube nicht. Er will direkt kießen. Komm her. Ich helfe dir, mein Freund. Richtig gute Freundin geworden. Hör mal. Ja. Hör mal. Durch dick und dünn. Du und ich, Patrick. Das ist unser Tag. Der perfekte Tag. Ist doch. Das ist der perfekte Tag. Hat den Len extra für uns geschrieben. Ist so. Das ist doch unser Tag. Da. Jetzt. Kommen die Waffen. Da sind sie. Muchachos. Ein Schuss, ein Treffer. Ja. Würde ich aber auch sagen. Oh. Das ist einer unserer leichtesten Übungen. Wir flankieren. Wir flankieren. Wir flankieren. Patrick. Ich möchte ihn schießen. Komm. So. Ich hab... Warte. Warte. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Warte erstmal, bis der sich umdreht. Den schießen wir auch noch weg. Ne. Das schaffen wir nicht. Haben wir Schalldämpfer? Ne. Ne. Lass mal warten, bis der jetzt noch eine Runde gelaufen ist. Weitere gekuckt haben. Hat er heute was noch nicht oder was? Nimm... Ja. Okay. Jetzt komm. 3, 2, 1. Jo. Also ich hab getroffen. Ich weiß nicht, was bei dir ist, Alter. Haha. Patrick, du hast was gesagt. Ich hab ihn auch. Boah. Hör mal, wie ich sie wieder wegmach. Leck mich an ne Mütze. Und schon wieder. Habt ihr das gesehen, Freunde? Wer hast du weggemacht? Wer? Entspann nicht mal. Wir haben noch nicht gewonnen hier. Ah, der dahin ist tot. I think that's all of them. Natürlich. Mit meiner Hilfe. Genau. Oh Gott. Ich bin von mir vollkommen überzeugt, Alter. Übelste hab ich wieder abgeräumt, Freunde. Genauso wie sie gerade wieder die linke Maus hat. Ja, aber deshalb kann man jetzt natürlich auch drauf rumacken. Kann jetzt auch wieder nach Fehlern suchen, ne? Ja. So, wo müssen wir hin? Wo geht's weiter? Kann ich mich hier irgendwo runter stürzen in den Tod? Kann ich hier irgendwas von den klauen? Hier liegen ja Leichen. Du schade. Wer war das denn? FSG 18, möcht ich sagen. Ich war's nicht. Eins können wir auf jeden Fall sagen, Patrick war's nicht. Ich war's nicht. Komm. Komm, komm. Hilf mir mit this. Oh, deine Kur. Herrlich. Das ist einfach nur... Kannst ja froh sein, dass er mich dabei hat, ey. Oh, Scharfschätze. Was? Schade. Schade hat er dich nicht getroffen. langsam langsam der ist aber ein aggressiver typ der verschießt seine ganze muni böse wo ist denn umgürtel dabei da oben schießt er der trifft der trifft patrick rolle so den ein oder was kann man nicht durchkriegen der vor allem versteht seine ganze muni was ein idiot und gleich mit der ehe sterben da war er jetzt muss er auch einen töten und runter gefallen alter patrick katschen junge sagt da komme ich die tür raus bin hier hier sind viele hier sind viele jahrelange ist so machte weg patrick wieder weggeflogen ist alter jetzt hast du weggeschnitzt der war gut häckselt und geschnitzelt mein gott er hat einen headshot gekriegt irgendwo steht noch einer ich glaub komm komm wieder neuer okay die sind weg hör auf auf mich zu schießen du arsch hallo okay komm ich nirgendwo durch da kommt noch mehr den kann ich nicht treffen ja der ist noch nicht tot er rennt sau du hä warum kann ich nicht schießen wo willst du schießen da ist doch mal einer oder ne noch mehr komm wir boah patrick alter wie du die weg machst ja alle dead dead der ist schon gestorben da ist ja noch gar nicht aus dem busch raus doch hat er hat er okay wo sind die gegner wo sind die gegner es ist immer schön wenn dein eigener team kamerade auf dich schießt alter vor wie die weg fliegen da oben auf dem dach oben am dach habe ich hat sie hat sie oben noch auf dem dach links ja ja das should be all of them sauber aber das war einfach wieder profi mäßig alter was soll ich sagen ja warum kann ich mich nicht mehr bewegen ach jetzt wollte schon sagen back back ich würde uns ja nicht loben aber ich würde jetzt mal fast behaupten wir sind die besten spieler der welt ich möchte auch sagen so geht schon mal weiter ach da bist du mein freund hör mal 1a geschossen möchte ja sagen und hoch das tor wir sollen auch wieder ölen ja so weiter geht's Patrick wir bleiben dran oh das sieht nicht schön aus ich komme ich komme ich komme ich komme runter oder wo wie war es spanier die aussicht genießen er war aber schön schön für den fisch fangen ich so von hier oben höre ich der schritte ne das war meine schritte wo ist harvey da sind sie alle glatzen da sind sie die gauchos warte mal wieder schießen ja auch ich glaube ja ich würde sagen abschluss oder warte warte jo ich habe ihn nicht getroffen ja jetzt weg ich habe ich doch dazwischen sitzen sehen du arsch tschüss da unten kleine sau vielleicht sich hier unten an komm wir können wir mal da vorne gehen komm wir gehen wir hier lang flankieren ein bisschen da kommt einer da kommt noch mehr da oben ah du kannst doch da durchschießen ah ist weg komm zeig dich wir beide wie action man alter durch die gegend rollen wo sind sie alter da sehe ich doch das köpfchen da oben pass auf ja aber also also wirklich wir sind call of duty spieler ich würde es nur nochmal gesagt haben das sieht man eindeutig wir ja ich vor allem da hinten ist doch noch irgendwas ja tja komm läuft welche da warte 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 komm wir komm wir patrick ich bin für dich da mein freund komm zu übelste ballerei mach uns aber auch gut weg mach uns aber auch gut weg ja ihn schützt natürlich das gitter ja frag es mich wo sind die gegner wo sind die gegner nur noch 100 meter hier kommen wir nicht rein dann oben da warte wir sind grad etwas konzentriert auch wenn das eigentlich keine konzentration abverlangt aber gut du bist unterwegs von turmine hier vincent helft mir push das car push das car push das car push it to the limit push it to the limit zu jedem scheiß irgendein lied alter weg ist frei so auto kaputt reihe bahn mit marzipan natürlich hat das funktioniert das war auch mein krasser plan irgendwie zeigt mir da oben immer ein pfeil an aber ich weiß nicht was da sein soll wir haben irgendwas übersehen was verwechseln ich bin das mine ne guck da der gelbe punkt das nehme ich ich nehme ich behalte meine waffe ich behalte meine waffe die ist cool ich habe eine 3 schuss aber wie geht es weiter mein ist auch zuverlässig hier geht es nicht weiter dann müssen wir die waffe wechseln ne ich glaube nicht wo müssen wir jetzt lang ich soll vielleicht doch dazu dem pfeil hin ich habe die sniper hier damit habe ich ja schon die 100 aufbret sie gehabt ist so hat ist gut ich habe irgendwie angst wenn du sowas hast echt hey aber hier kommen wir auch nicht mehr hoch schloss aufbrechen schloss aufbrechen schloss aufbrechen dann würde ich sagen brechen wir mal ach guck mal ja denkst du mache ich mit der hand oder was das mache ich mit der hand weißt du er will wieder so machen aber wir müssen so machen ach so 3 2 1 los piece of shit zeig dir jetzt andale andale vamos a la flyers oh oh und der hat da durch die tür geschossen schießerei das ist mir auch zu doof oh die treffen mal gut doch wir müssen einen anderen weg finden oh die treffen aber echt gut hier komm mal komm mal komm mal ey der hat mich ahhh 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 Zweite Mal gestorben in dieser Folge. Das ist mir schon unangenehm. Hechtrolle, Hechtrolle, Hechtrolle. Ich bin schon wieder schwer verletzt. Okay, jetzt geht es mir besser. Lauf du mal, ich schieße auf die. Okay. Ja, okay, bin oben. Das ist schön, dass du mir auch Rückblick umgibst, Alter. Mach ich doch. Ich wollte doch, aber ich muss erst mal rumlaufen, Alter. Ey, ich rass, Alter. Ich bin mit Sicherheit, Alter. So, ich bin safe, geht was. Oh nein! So, warte, schießt sie auf die? Ja. Okay. Ja, jetzt kann sie. Warte, noch nicht. Jetzt. Jo. So. Werfen. Achso, ich muss da drauf schießen, okay. Alter. Alter. Ey, habe ich mich jetzt erschrocken? Ich dachte, ich wäre jetzt wieder tot, Alter. Da habe ich schon tot gesehen. Das war schrecklich. Krass. Krass. Voll die Explosion. Hör mal, was für eine Story heute wieder. Aber was hier euch wieder geboten wird in dieser Folge, ist ja wieder der Wahnsinn. Also wirklich. Da muss ich mich schon fast mal selber loben. 1A-Gameplay. Arriba, Freunde. Die Party ist vorbei. Ja, vorbei. 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 Das ist kein Spaß mehr jetzt hier. Ich muss sagen, dass die Laufel in die Kacke ist. Gut, dass du gewechselt hast. So vorm Final. Das ist immer gut. Da nochmal Waffe wechseln. Das ist immer. Immer super. Hier rechts kommt einer und links kommt einer. Mann, nimm du die links. Ja. Ich komme gar nicht rechts ran, Alter. Aber wenn man einen Headshot gibt, fallen die sofort. Schon mal gut. Ich komme gar nicht ran. Ich muss woanders hin. Ja, ich komme irgendwie nicht ran. Okay, wir müssen weiter nach vorne hier. Komm her. Da ist einer. Boah, Alter. Schnell weg. Das war knacklich. Da ist noch einer. Na, ich habe ihn. Die kommen jetzt hoch. Die kommen jetzt hoch. Habe ich, habe ich. Ja, ist weg. Hör mal. Adios, Amigos. Keine Wiese, wieder. Ich war ein bisschen angespannt. Kurze Zeit. Warte. Eine Runde über. Adios, Amigos, Alter. Da hab ich in den Pool, Alter. Eine Runde hier. Bis dann da. Achtung. Guck, man kann sogar. Hui. Ich möchte auskühlen, Alter. Ach, aber. Herrlich. Das fand einfach mal gut. Richtig für die nächste Aufgabe. Verstehst du? Einfach mal kurz die Abkühlung. Bist du so weit, Patrick? Hallo. Drei. Zwei. Eins. Action. Come on. Let's go. Wir sind's. Die Dortens. Wir sind's. Wir sind's denn rausgekommen, Habe. Und das war's jetzt für dich. Mein kleiner mexikanischer Freund. Bisschen näher ran, Mina. Er ist sauer. Aber egal. Scheiße, ich muss hier weg. Komm hier nicht. Hier ist gar nix. Hier ist richtig kacke. Ich seh gar nix, Alter. Na, einer hab ich. Der einen auch. Na, hab noch einen. Oben rennt noch einer. Boah. Was wirft er denn da, Alter? Der Granaten mehr, war der noch. Ja, der zerstört sein ganzes Haus lieber, oder was? Ich möchte uns tot sehen. Ich möchte ihn auch tot sehen. Oh, oh. Jetzt trifft er aber schon gut hier bei mir. Ich komme näher ran. Komm, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Boah, jetzt hat er mich schon übelst mit dem scheiß Granatenwerfer getroffen. Einen hab ich. Ja, den oben hab ich auch. Kommst du? Ja, hab ich auch. Ey, was macht er denn? Ich seh ihn nicht. Okay. Wohin? Boah, schnell, schnell. Mache ihn fertig. Patrick. Drauf. Ach, mit zwei Mann. Er cheatet. Jetzt rastet er aus. Jawohl. Patrick. Übelste. Kenn ich ja nix. Hättest du ihn ja wenigstens töten können, aber war gut. Ich wollte noch ein bisschen quälen. Erst für die Letzt. Kann sich nochmal sein Haus in Ruhe angucken. Ist das echt die letzte Folge, Way Out? Ich weiß es nicht. Ist es schon das Finale? Da haben wir echt gleich auf die Finale gewonnen. Echt. Denk nicht mal dran. Es ist aus, Harvey. Gib die goldene Knarre her. Ach, ging auch schnell als gedacht. Wer soll's machen, Patrick? Mach du's. Ich hätte auch nix anderes erwartet. Hä? Ach, ich bin ja Leo. Ach, hier. Ja? Oder? Allee, Donnie, ich bin winzig. Nein, du bist alles an. Halt. Ich war jetzt auch voll voll. Ich hatte das. Der Hals war voll lange her, das wir jetzt so gespielt haben. So, jetzt. Hast du gedacht? Hast du gedacht, da kommt man davon? Ich bewege den Arsch. Bevor mir gleich der Kragen platzt. Ich möchte ihn mal quälen. Er hat verdient. Du hast die goldene, Patrick. Ich möchte es auch behalten. Darf ich? Darfst du. Ich nehme den Rest. Ich nehme die Klunker. Keine falsche Bewegung, mein Freund. Ich nehme die andere. Da ist noch eine Waffe drin. Da ist noch eine Waffemine. Der wird gleich schießen. Mach dich bereit. Oh, oh. Da ist er. Der Hobdiamant. Du verdammter Wichser. Patrick. Patrick. Patrick, Patrick. Du musst dich draußen. Ja, ich laufe ja schon dahin. Ich laufe ja schon dahin. Jetzt. Bam, Junge. Headshot. Der ist schon tot. Hallo? Alter. Das war's, Junge. Ja, Alter. Hör mal. Hat der überhaupt noch ein Gesicht an, Alter? Der wurde zermalmt, Alter. Katsching, Katsching.